das heißt eventuell müssen wir uns ganz zurückziehen aus dieser stadt wow ok sie wurde umgeschmissen eventuell müssen wir uns ganz zurückziehen hier aus der stadt was zur hölle machen diese ratten also raus 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 aus der stadt und woanders munition kaufen wobei das mir eben trip von der woche oder so wäre zurück nach mordock oder dergleichen wobei mordock auch den einladen hat und der war echt schlecht bestückt moment mal das hier ist doch eine karawanenstadt wegen ganzen goldtransporten wir könnten seine karawane anschließend dann vielleicht irgendwo in einer der größeren städte reisen ja das klingt gar nicht mal so schlecht käse die wird gerade aufgefressen weg läuft weg kässe die kässe die ist so gut wie tot geh mal einen schritt und versuche eine von den ratten zu treffen damit sie uns angreifen und nicht ihn jetzt kässe die ernsthaft stirbt weil der ratten an beißt dann genau steh auf nein lauf weg oder schießt zwar mit einer schrotflinte das auch okay so gut wie tot schießt ratte kopf lauf lauf du dover glatzköpfige alte mann mit ganz problem so gut wie tot ok schießratte kopf ok ok ja uns beißen ist super auch tot macht sie tot ja alle auf uns ok man 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 erst weg fast tot jetzt kässe die fast tot keine munition oder kaum noch munition nicht gut so können wir hier schlafen nein ok weg hier zurück zu der zu dem saloon zu dem malamut zu tun was ein großer hund sein soll sieht er aus wie ein bull und schlafen wir hätten gerne was und zwar ein zimmer mit einem leeren bett gut wie geht es euch jetzt du bist immer noch verwundet kässe die sehe ich gerne da bist du das machst du da bei der komischen frau so gut wie tot ja der schlaf hat nicht wirklich viel gebracht also ruhen wir uns hier so eine ganze weile aus hauen paar dollar auf den tisch trinken bisschen was schnacken den einheimischen und pepeln uns derweil auf was mehrere tage jetzt anscheinend dauert und wir haben es bald weihnachten auch echt ganz schön lang dann komm bis zum morgen noch kässe die ist immer noch schwer verwundet du bist unverletzt okay kässe die du bekommst mal falls gleich wirklich irgendwas ins auge geht 2 stempacks von uns du hast noch zwei schuss das ist sehr beunruhigend und du bekommst auch 2 stempacks okay zurück zu den ratten und da gucken wo wir noch lang gehen können weil es schien von da aus auch noch weiter nach oben zu gehen also daran so kässe die nicht treffen lassen von den ratten was anscheinend problem mit zielen ja boden sind du das blätter nächster hatte ran ran hatte neben das dürfte letzte oder vorletzte schuss von ihm gewesen sein wir haben auch noch ein magazin oder zwei weiter steckt mal weg das sieht aus wie eine arena hier ist die morningstar mine hier könnten wir jetzt auch nach arbeit suchen was uns aber noch nicht dabei hilft munition zu finden und ich würde ungern noch mehr arbeit annehmen bevor wir nicht ordentlich kämpfen können ja und wirklich handel treiben sehe ich ja auch kein händler wird in den zelten hier ich meine wenn die überall karawanen ankommen dann sollten hier auch leute seine sachen loswerden wollen oder man nennt mich stan will ich führe die karawanen zwischen redding und der neuen kalifornischen republik an rahmen gegen geld kann meistens noch ein oder zwei wachen gebrauchen wir verlassen die stadt jeden elften des monats wenn du den job möchtest solltest du in diesem monat der datum hier sein was transportieren denn diese karawanen die besten rahmen ja okay elfter wir haben den neunten dann nehmen wir doch jetzt einfach eine karawane und reisen bis zur neuen kalifornischen republik was jetzt irre weit im süden ist und dementsprechend auch recht gefährlich aber wir werden von da aus wir werden keinen fuß aus der schritt aus der stadt machen sondern wir werden uns in der stadt umgucken nach schönen händlern unsere munition kaufen unsere sachen loswerden und dann mit einer karawane wieder Richtung nord und zurück das klingt gut ja das klingt sehr gut da lang so hallo du brauchst eine wache genau zum richtigen zeitpunkt wir wollten gerade aufbrechen es gibt 2000 dollar für den job aber ich zahle nur für dich weil ich nur noch eine wache brauche alles klar ja meine jungs können mitkommen oder ja die werden noch nicht bezahlt gehen wir ja treibt sie an wow das sind warum seht ihr alle so komisch aus aber gut sind nur geckos töten wir geckos wir haben ordentlich viele wachen die da gehören auch zu uns oder ja was war das für ein komisches geräusch oh das könnten burst gewehre sein wir sollten vorsichtig sein wo wir stehen albert soll gleich ein paar schritte nach oben machen nein oh gott cassidy komisch schirpen bis oh warte dreckiger unrasierter man das sind glaube ich banditen schieße auf schieße auf ja seid ihr jetzt banditen oder seid ihr wachen au cassidy scheint angeschlagen zu sein immer noch ja der war nicht ganz fit war sogar schwer verwundet und so wie es ausschaut gehen diese komischen etwas runtergekommenen jungs auf die geckos los was schon mal gutes zeichen ist also für ein paar geckos hätten die uns nicht gebraucht aber wer weiß was noch alles auf so einer karawane passieren kann aber wenn die uns 2000 dollar zahlen ja alle auf den gecko oh hey alle auf den gecko und gecko auf mich ich habe immer die befürchtung dass einer von dem man daneben schießt und schießt und uns trifft uns dann fast geht gerade diese zirpen eine pistole die er da hat und irgendwie scheint albert akku zu sein auf die hier die jungs gucken was passiert wenn der letzte gecko umkippt ob die dann alle auf uns losgehen oder nicht weil nur weil die gerade die geckos angreifen heißt es nicht dass sie danach nicht auch noch uns angreifen vor allem weil er andauerlich was vom jagdrevier grölt ein typ hier oh vielleicht sind sie stinkig weil wir ihre geckos töten das gehören zu ihr auch sein schieß denen da in die augen und mach dann ein bisschen platz nach da kipp endlich um wir müssen gucken was die anderen jungs da machen ja weg letzter schuss und anscheinend greifen sie uns nicht an sollten wir die pistole mal wegstecken sonst werden die noch ein bisschen ungeduldig so alles einsacken Pistole so gut es geht durchladen Luft ist rein los raus ok weiter und tatatata wir sind irgendwo angekommen das war doch gar nicht schlecht hier sind deine 2000 dollar komm doch wieder wenn du mal wieder Arbeit brauchst Dankeschön und hier ist gleich ein Waffenhändlermann gegangen das ist doch super hallo kleiner Mann mit rotem Käppi heißt das völlig nixen willkommen in Busters Waffenemporium den besten Haus am Platze ich bin Buster und sonst ist hier keiner ich habe einige nette Sachen auf Lager siehst dir an sag ja Schruflinten Munition schon mal ein super Anfang alles wow ok vielleicht doch nicht ganz so viel erstmal 80 Schuss dann das da auch noch weg und wir bekommen hierfür das Gewehr nicht ganz so viel ok ok ja sonst haben wir gar nicht mehr so viel zum tauschen hat er unsere Munition hier auch irgendwo nein hat er nicht das ist schade was bist du für eine 223er Pistole benutzt die Munition die wir ebenfalls nicht haben öfff ok erstmal 15 denn 48 45 bieten und wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal genug Munition für Vic und Cassidy äh ich hätte da ein paar Fragen erzähl mir mehr über die neue Kalifornische Republik Präsidentin Tandi und ihre Leute sagen sie wollen dass alles wieder so wird wie zu den guten alten Zeiten ich glaube ja eher sie wollen vor allem so viel abgreifen wie sie nur können was soll's mich juckt's nicht die guten alten Zeiten war vor meiner Zeit wir sind allerdings ziemlich prüde diese Gesellen haben was gegen Sklaverei und Glücksspiel und was sonst noch darum habe ich meinen Laden hier draußen ich mag keine Regeln hatte schon immer was dagegen ok ok so du tauschen du kriegst zwei Magazine so gewähre benutzen ok das war's erstmal wobei weißt du was ich glaube ich kaufe doch deine andere Munition ab auch wenn's teuer oh du hast andere Munition im Angebot ich glaube ich kann es nicht mehr die die die